er freunde es geht wenig sei es aber es geht weiter ja nur nur die nummer das sei Oh, wunderbar. Auf geht's. Na, super. Oh, es ist komisch. Man muss sich erstmal wieder voll anziehen. Ja, mhm. Geil. Ja. Ah. Musst du mir jetzt nochmal ein Herz geben? Ich meine halt, ein Rubin brauche ich nicht. Ein Herz. Doch, ja, stimmt. Hier war ich ja jetzt durch. Ja, geht nur dafür was? Nein. Ja, zu schön gewesen. So, weiter geht's. Daaa-aah-aah-aah-aah. Daaaaa-aah-aah-aah. Da-da-da-da. Daah-aah-aah-aah. heilige Städte wollen wir nicht hin auch nicht weiter wir waren ja schon unten im Verlies boah, das war jetzt aber scheiße knapp wir machen einen kurzen fix fix an darüber boah Humus Humus oh Gott, wie war denn das jetzt, ne? Waaah, schon verhauen da und da ja ja das war jetzt knapp ja, na sicher man ey, das zieht sich jetzt hin ja ja vielleicht beim ersten Mal, also hm ja, und jetzt erstmal hier überlegen, was könnte denn hier sein? ich muss ehrlich sagen, ich hätte eigentlich schon lange ein Item haben können ich weiß auch noch nicht, warum ich das noch nicht habe ja ja okay, da war es doch nicht, äh, Zeiung was was ja 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 da ja ja so, schauen wir mal da mal drei Bomben hin Ach, da unten. Oh, da bin ich auch hingerannt. Das war knapp. Wow, nicht du schon wieder. What? Alter. Mann. Ah, krabbelte doch noch in der Nase. Das hat sogar... Noob! 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 Gucken wir mal gleich nach auf der Karte, was denn so los ist. Hier oben ist noch was und... Hä? Lol. Ach so, die komischen vier Türme. Amina Wann da? Uhhhm. Du hast doch... Nein, du hast auch kein Herz für mich. Seid ihr alle Verräter. Willenlose Sklaven. Ich zog nisch dafür, dass ich... Wegwerd, hier habt's Todesgrabscher. Wow! Geil. Jo, Feen sind immer geblieben. Oh. Ah. Na. Was? Oh Gott, ich muss da auch noch rumfügen. Das ist aber Glück. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Du, du... 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 Und kann die sich nicht anders umdrehen? Ja. Ja. Äh? Wie geht denn das jetzt, äh? Wie soll das denn gehen? Das geht doch gar nicht. Ich... Ich kriege die Brand... Den Brand, obwohl es den Dings erwischt hat, oder was? Ja, nein... Das gibt's doch nicht. Ich würde sagen, gibt's das ganze Schloss schnell. Aber das wäre ja auch wieder unfair, weil ihr dann vielleicht gar nicht sehen könntet. Was ist hier alles für schöne Sachen? Weiter geht's. Ah! Okay. Ähm. Leider ist jetzt schon die Zeit wieder um. Ähm. Wir sehen uns dann an der Stelle hier dann vielleicht wieder im Flug wieder. Haha.